Ok, da wären das jetzt 2 Teile. In der nächsten Folge machen wir das Story-Mission. Das ist richtig, aber es ging jetzt ungefähr 20 Minuten oder so. In GTA und City habe ich ja fast 2 Stunden für gebraucht oder so. Wie machst du das einfach mal so in einer halben Stunde? 2 1, 3, gut. Das ist der Weiteste. 5 Das ist aber auch schon Level 9. Achja, was geht das mit die Zuggie hier? Ich mach mir Platz. Ich bin schon ein Liedelzehn. Dann dürfen wir viel mal fahren, oder? Oh, kein Zeitdruck, gar nichts, ey. Es heißt einfach nur noch fahren, fahren, fahren. Ich bin schon ein Liedel. 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 Ich denke ich habe mich. Shit! nun wieder wenig kack oma oder Was soll ich jetzt hier mal fahren muss? Ich muss jetzt noch 2 mal fahren. Ich habe jetzt 2 auf 1 Schlag. Gut, ich habe auch genug Zeit für den Algen. Ich muss ja hier schnell abgehakt, die Krankenwagen werden. Ich muss ja hier mal fahren. Ich muss ja hier mal fahren. Ich muss ja hier mal fahren. Ich glaube, mein Konto stand schon verbessert hier im Spiel. Ich muss ja hier mal fahren. Ich muss ja hier mal fahren. Ich muss ja hier mal fahren. Es wird jetzt in nächster Zeit viele GTA von Andreas Parts kommen. weiter. Damit ich endlich mal das Spiel abschließen kann. Gute Idee. Nicht viel Zeit, wir sind mal zurück. Na ja, in. Drauf mit euch, muss weiter. Ey, können wir jetzt endlich mal den Strommasten da weg machen. Jedes Mal verarscht. Jetzt hab ich auch noch 3 Stücke und die sind so nah beieinander, dass es jetzt klappere aus ist. Komm, spring rein. Komm, spring rein. Komm, spring rein. Was ist denn so? Dann sind wir schon im letzten Level fast. Aber auch ich wirklich sehe das Mafa, ich bin die Scheißverschmacht. Das ist blöd gemacht. Ich habe in letzter Zeit wenig Features hochgeladen. Das werde ich mal sagen. So Freunde, wir werden jetzt nicht lang kommen. Das ist ja geil. Richtig geil. Ich bin sogar noch nach dem Fein-Oralen-Level. Das fehlt mir wahrscheinlich. So, das letzte Level jetzt wird interessant. Jetzt ist die Karte voll. Ich werde den abholen. Ich werde den abholen. Ich werde den abholen. Ich nehme mir das mal hinten die Ecke. Ich werde den abholen. 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 Ich hab mich noch mal weggelegt. Ich hab mich noch mal weggelegt. Ich hab mich noch mal weggelegt. das kippt so, und dann hätten wir das auch geschafft haben wir jetzt noch 3 Stück das sind jetzt noch die einfachsten die sind ja in der Nähe vom Krankenhaus ich habe jetzt zwei geschnackt 1 1 wir kommen zum Finale 2 3 komm mal hin so Freunde, das wars krass und wir kriegen sogar noch ein Profet und wir haben Maximale gefunden als Freunde dann hätten wir das auch erledigt jetzt ich wollte gerade mal hier hinten hin so, wir gehen jetzt hier rein speicher jetzt noch schnell speicher jetzt noch schnell und dann sehen wir uns im nächsten Part liebe Freunde bis dahin, ciao So...